Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Bevor es losgeht, einmal die Auflösung zum Ripple-Gewinnspiel. Es wird wieder ein Gewinnspiel geben, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Gucken wir uns das jetzt mal hier an, der Link ist schon hier richtig. Starten wir mal direkt hier. Daniel Spill, definitiv Ripple, deine Videos gefallen mir weiter so. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Ich werde dir die Ripple im Anschluss zum Video hier schicken. Also wenn du das Video siehst, sind die wahrscheinlich dann schon direkt drauf. Also für das nächste Gewinnspiel dranbleiben, am Ende sage ich was nochmal dazu. Viel Spaß jetzt bei der Marktübersicht. Ja, starten wir mal direkt mit der Marktübersicht. Das Marktcap heute bei 632 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz bei 44%, also weiter am sinken. Die Altcoins sind immer noch sehr stark unterwegs. Bitcoin hingegen ein kleiner Rückfall bei 16.500 Dollar, minus 5% in den letzten 24 Stunden. Bitcoin Cash bei inzwischen 3.500 Dollar, Ethereum 850 Dollar. Ripple hatte heute einen Ausbruch, bei 1,10 Dollar heute. IOTA 5,30 Dollar, bei denen tut sich im Moment nicht viel hier, bei EOS auch nicht. Die sind im Moment sicher ein bisschen beruhigend. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Altcoins, die sehr stark zugelegt haben. Wir haben die Thron zum Beispiel bei 5 Cent plus 20%. Was haben wir noch? Komodo mit 40% bei fast 11 Dollar. Also viele Altcoins haben heute und gestern, die sind ausgebrochen auf jeden Fall. Also der größte Teil hier, der größte Teil hier auf jeden Fall im grünen Bereich. Redcoin mit über 100%. Also die Altcoins sind auf jeden Fall sehr stark. Wir werden uns gleich mal ein paar Charts anschauen. Ja, der Bitcoin im Moment, eine kleine Korrektur kann man schon sagen, war bei über 20.000 Dollar vor drei Tagen. Bis inzwischen bei 16.500. Ja, schauen wir uns mal jetzt die Charts an. Ja, wie schon erwähnt, der Bitcoin in einem leichten Abwärtstrend. Im letzten Video hatten wir ja diese Unterstützung bei 17.400, hatten gesagt, die sollte am besten nicht durchbrochen werden. Ist leider so gekommen, dass es nach unten durchbrochen worden ist. Auch die gleitenden Durchschnitte hier haben sich gekreuzt. Das ist auf jeden Fall sehr lange her, dass das der Fall war, dass die gleitenden Durchschnitte hier einen Abwärtstrend signalisieren. Muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier ist er mal aufgeprallt und wieder hochgegangen. Wenn er den nochmal durchbricht, hier bei 15.300, dann könnte es halt hier weiter runtergehen bis zu dieser nächsten Unterstützung. Bis dahin ist es noch lange, würde ich sagen, aber kann natürlich auch schnell gehen. Also erstmal hier diesem Bereich hier aufpassen, dass der nicht durchbrochen wird nach unten. Falls ja, dann sieht es eigentlich gar nicht gut aus. Gut wäre natürlich, wenn der Kurs hier über die gleitenden Durchschnitte wiederkommt, sodass sich die gleitenden Durchschnitte auch dann wieder so formieren können, dass es wieder einen Aufwärtstrend signalisiert. Bei Ethereum ist im Moment auch nicht viel los. Der stagniert da ein bisschen. Hatte ja ein Allzeithoch vor ein paar Tagen bei... Das ist der Falschchart. Der hat ja hier ein Allzeithoch bei 880 Dollar. Ist dann halt ein bisschen zurückgezogen, kleine Korrektur. Hat jetzt gerade gleitenden Durchschnitt der ersten durchbrochen. Aber man sieht hier, der 50er gleitende Durchschnitt wurde noch nicht durchbrochen. Er ist genau hier abgeprallt. Das sollte auch am besten jetzt nicht mehr passieren, dass er den nach unten durchbricht. Sonst wäre da auch schon ein starkes Signal dafür, dass es ein Abwärtstrend vorliegt. Ja, Ripple haben wir uns gerade schon angesehen. Bei CoinMarketCap ist auf jeden Fall sehr stark unterwegs. Wir hatten ja vor einigen Videos gesagt, da waren wir ja hier und da hat er sich ja hier zwischen diesen Bereich hier gependelt. Dann hat er diesen Widerstand hier durchbrochen. Ist komplett nach oben geschossen. Von ungefähr 30 Cent bis auf 90 Cent. Und dann hat er sich hier wieder eingependelt. Hat sich beruhigt. Das Volumen ging schön runter. Das ist ein gutes Zeichen, dass jetzt hier kein Abverkauf stattfindet. Sondern, dass sich der Markt einfach nur kurz ein bisschen beruhigt. Dass da nicht mehr viele Leute ein- oder aussteigen. Und nachdem jetzt dieser Bereich hier wieder durchbrochen wurde nach oben, ist das Volumen halt hochgegangen. Ist ein super Anzeichen dafür, dass der Trend wieder bestätigt wird. Und wir sind halt bis auf 1,20 Dollar gekommen. Kann mir jetzt vorstellen, dass da wieder eine kleine Korrektur irgendwann wieder kommt. Und dann ist es natürlich auch gut, dass die gleitenden Durchschnitte sich dann auch ein bisschen beruhigen können. Nicht beruhigen können, sondern nachziehen können. Sodass hier der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten nicht so weit entfernt ist. Wie gesagt, das kann man sich wie ein Gummiband hier vorstellen. Zwischen den gleitenden Durchschnitten mit dem Kurs. Je weiter das weg voneinander ist, desto höher ist die Kraft, dass es halt dann zurückzieht. Verge hatten wir uns auch in den letzten Videos ein paar Mal angeschaut. Der ist immer noch sehr stark unterwegs. Können wir uns kurz anschauen. Der ist einmal hier komplett hochgeschossen. Hat mir wieder hier so einen Kanal, wo der sich eingependelt hat. Den hat er jetzt das Allzeithorat durchbrochen. Ist komplett hochgeschossen. Bis auf 16, 17 Cent teilweise. Zieht jetzt gerade ein bisschen zurück. Hat den ersten gleitenden Durchschnitt durchbrochen. Ich würde sagen, also wenn es jetzt wieder weiter runter geht, könnte es vielleicht wieder bis 8, 9 Cent runterfallen. Vielleicht hier ist, den kann man dann hier als Unterstützung ansehen. Und hier den gleitenden Durchschnitt. Muss man mal gucken. Auf jeden Fall, generell kann ich sagen, auf jeden Fall kann man, wenn man sich sicher ist, dass man bei einem Coin investieren möchte. Das sind auf jeden Fall so die Gelegenheiten, wo man einsteigen kann. Immer wenn so kleine Korrekturen vorherrschen und man vorher den Einstieg verpasst hat, sind das auf jeden Fall gute Einstiegspunkte. Jetzt abgesehen vom Verge, das ist ein genereller Tipp. Immer schön die Korrekturen mitnehmen. Und dadurch kann man sich halt einen schönen Durchschnittskurs erzielen. Dann schauen wir uns noch zum Abschluss mal IOTA an. Wir hatten im vorletzten Video gesagt, dass ein starker Abwärtstrend hier vorliegt. Die Hochs waren immer niedriger und es ging halt immer weiter hier runter. Da hatten wir diesen Abwärtstrend, diese Linie. Und den hat er zum Glück durchbrochen jetzt. Die gleitenden Durchschnitte, also wie beim Bitcoin, hier sieht man, die gleitenden Durchschnitte haben sich hier durchkreuzt. Es ging immer noch weiter und hier haben die sich wieder gekreuzt und so gekreuzt, dass es hier wieder ein Aufwärtstrend signalisiert. Zusätzlich hat dieser Abwärtstrend hier nochmal, also wurde der nach oben durchbrochen und dann ist er halt nochmal bis zum Allzeithoch hier hochgeschossen. Sogar ein bisschen drüber, 5,80 Dollar. Also die Kerz endet hier ungefähr beim Allzeithoch. Da sieht man sehr schön, dass das hier ein Widerstand ist. Es wäre super, wenn er den Signifikant durchbricht, dann kann man neue Allzeithochs auf jeden Fall sehen. Im Moment beruhigt er sich wieder, ist aber immer noch über den gleitenden Durchschnitten zum Guteszeichen. Auch hier beim Ausbruch wieder, kann man sehr schön sehen. Habe ich hier unten eingekreist. Beim Livestream habe ich da schon erwähnt gehabt, dass hier das Volumen komplett hochgegangen ist. Das ist auch wieder ein super Zeichen dafür, dass der Markt den Trend bestätigt. So, jetzt kommen wir mal zum Gewinnspiel. Ich werde wieder Ripple verschenken. Was ihr dafür tun müsst, ist einmal meinen Kanal zu abonnieren. Am besten die Glocke daneben aktivieren. Dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand, was Chartanalysen und der Marktübersicht angeht. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Also ich werde wieder Ripple verschenken und dazu müsst ihr einfach nur eure Ripple-Adresse und den Destination-Tag in die Kommentare posten. Und ich würde zusätzlich noch gerne wissen, was ist euer Favorit bei den Privacy-Coins? Also Monero, Dash, Verge zum Beispiel, da gibt es noch einige andere. Welcher ist euer Favorit? Das würde ich mal gerne wissen. Viel Glück auf jeden Fall schon mal für das Gewinnspiel und bis zum nächsten Video.